Mein Name ist Franziska Hönig, seit mittlerweile neun Jahren bei der Polizei und seit vier Jahren davon bei der Dienstsonderstaffel. Bei der Polizeiarbeit und beim Sport gibt es in meinen Augen folgende Gemeinsamkeiten und zwar das Training, weil sowohl beim Sport das Training wichtig ist, das regelmäßige Training als auch bei der Polizei. Wir leisten eine wichtige Arbeit, Respekt für Einsatzkräfte, nicht alle Helden tragen Trikots.